Hallöchen, ihr war Nausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Invasion. So, wir brauchen Tint Nuggets und ein Stick. Haben wir alles da? Sollen wir alles da haben auf jeden Fall. Genau, und dann werden wir mal eben hier ein Can Opener machen. Dann haben wir die Quest nämlich auch fertig. So, da ist er und wir können, ich würde sagen, wir nehmen Baked Beans. Dann haben wir davon auch noch was. Und das können wir jetzt irgendwie öffnen, würde ich sagen, oder? Wahrscheinlich irgendwie, ah so, alles klar. Okay. Ich sehe wieder irgendwie so ein Ochse vor der Tür. Ja, da ist er. Das Stick ist ein bisschen Zombiefleisch. Danke. Und sein Kopf. Hängen wir da immer hin. Als Warnung. Nee, draußen. Hängen wir den hin. Als Warnung für die anderen. Hier, Freunde. Hier, der ist hier schon gestorben. So, ähm, eine Kiste als Quest hatten wir noch. Genau. Die müssen wir auch craften, deswegen ging das nicht. Achso, Shopping Blocks. Wie brauchen wir eigentlich? Einen. Okay. Äh, und dann? Livestock Crate. Okay, dann machen wir noch. Und dann auch Oakwood Planks. Und da ist die Kiste. Und dann haben wir Medical. Ähm, dann haben wir nämlich zwei Crates. Die wäre jetzt natürlich, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Die Kiste können wir noch hinstellen. Dann haben wir zwei Remote Air Drops. Ähm, das weiß ich aber noch nicht, wie die funktionieren. Das werden wir gleich mal ausprobieren. So, ich würde fast sagen, das wird unsere Essenskiste da drüben. Ähm, das, das. Goldene Äpfel. Das eigentlich gehört eigentlich auch zu essen. Ähm, da packen wir mal alles da drüber. Quality. So. Irgendwas ist hier schon wieder hier vorne. Sehe ich. Ah, da, okay. Was ist das? Okay. Da kommt der Air Drop. Na, komm runter. So, was ist das? Livestock. Wo ist das? Was ist das? Auf jeden Fall schon mal. Hast du jetzt die Kuh gekillt? Was machst du denn? Ist ja nicht wahr. Guck mal, was da drin ist. Das heißt, die Livestock, das sind Tiere, okay. Gut zu wissen. Guck mal da. Portion of healing, okay. Können wir mal direkt schnabulieren. Dann hab ich nicht mehr den roten Bildschirm. Dann geb ich mir die auch tierischer Beier. So. Sehr schön. Haben wir doch im Reile, äh, wieder was Neues gelernt. Dann werden wir jetzt mal die nächsten Quests nachgucken. So, erstmal mal den ganzen Schmuh, den ich nicht brauche hier. Wegpacken. Essen. Leder brauch ich jetzt eigentlich auch nicht. Ähm, das weiß ich auch noch nicht. Jungen Left Arm. Das ist, glaube ich, Cyberware, ne? Ich weiß jetzt nicht. Könnte auf jeden Fall. Oh, die können Türen aufmachen, schön. Alles klar. Die können Türen aufmachen. Ist ja natürlich auch schön. So, nächster. Shield. Crude Wooden Shield. Strings, okay. Bugs. Dirt, okay. Wooded Dirt ist jetzt nicht das Problem. Sugar Cane habe ich auch schon gesehen. Ähm, machen wir erstmal das Shield. Crude Wooden Shield. Shield. Da ist es. Ähm, Planks und ein Stick. Okay. Das gehen wir hin. Zack, zack. Zack, zack. So war das, glaube ich, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. So, da ist es. Kann ich natürlich hier hinpacken. Dann habe ich auch ein Schild. Das heißt, wir haben es fertig. Und wir kriegen ein dickeres, toll. Na dann. Dann packen wir das weg. So. Nächster. Clay. Okay. Heal Up. Healing Self. Okay. Wir brauchen jetzt erstmal Strings. Wir brauchen Sugar Cane und Dirt. Zwei Stück. Mann hier. Ich brauche ein Auge. Sauber. Kann ich mir bald ein Mensch zusammen basteln. So. Was bist du für einer? Oh. Einer, der nicht. Den hat nicht interessiert, wenn man haut. Okay. Flux. Da vorne ist Flux. Da sehe ich schon. Sollte sein. Aber hier ist ein AirDrop. Dann aktivieren wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich alle kaputt schlagen muss. Aber das ist mir relativ egal. Da sind Flux Seeds. Wir brauchen 16 Dirt. Dann brauchen wir mal ein bisschen was ab. Oh. Was ist das? So. Der müsste jetzt eigentlich auch ready. Oh. Viel Kohle. Das ist gut. Alles eingesackt. Hey. Kakao. Kakao ist immer wichtig. In der Apokalypse. Wisst ihr ja. Musst ihr was leckeres zu trinken haben? So. Ein bisschen Aluminium. Ein bisschen das. Ein bisschen hier. Wir haben jetzt ein String. Okay. Wir brauchen noch ein Sugarcat. Ich habe Sugarcat irgendwo gesehen vorhin. Tatsächlich. Da ist noch mehr Flux. Da hinten ist irgendwas Rotes. Ich glaube, das ist ein Mob, glaube ich, oder? Ja. Das ist wahrscheinlich, die String sind wahrscheinlich dafür da, ähm. Noch so ein Krater, okay. Ähm. Die String sind wahrscheinlich dafür da, um ein Bett eigentlich zu bauen. Gehe ich mal stark von aus. Aber wir haben ja schon ein Bett. Zum Glück. So, ein paar Strings kann sowieso nicht schaden. So, jetzt gehen wir mal kurz zurück. Weil es wird dunkel. Da ist noch ein Airdrop. Den könnten wir noch aktivieren. Dann haben wir den. Da hinten brennt es. Warum brennt es? Ach ja, ich muss ja noch meinen. Meine andere Waffe. Warum hast du... Warum hast du heute hier angezündet, mein Freund? Soldat. So. Auf geht's. Auf nach Hause. Eben kurz schlafen gehen. Ab. Fertig. Wir haben ein bisschen Hunger. Dann packen wir hier mal wieder die Augen rein. Und die Grillen. Und was auch immer. Hier packen wir mal das ganze Dienstzeug rein. So. Hier kommen dann Strings und so. Kommen hier auch rein. Dirt kann hier rein. Die Seed könnte ich eigentlich gleich anbauen. Wenn es denn hier geht. Geht es hier? Ja. Geht tatsächlich. Dann nehmen wir das mal. So. Wir haben ein paar Quests fertig. Bett. Da können wir Medikit und Livestock wieder. Machen wir auch. Und dann können wir hier. Da können wir ein paar Bugs kriegen. Okay. Die Bugs, die packen wir hier rein. Die guten alten Bucks. So. Die Remote bleiben wir mal da drin. Und wir gehen mal kurz gucken. Ob wir die Flaks so anbauen können. Oder ob die am Wasser sein müssen. Weil eigentlich. Ich weiß gar nicht. Ist das nicht egal bei denen? Ne. Ist es nicht. Okay. Das Problem ist. Das ist hier kein Wasser. Kein richtiges Wasser. Wasser wäre ein tiefer. Oder ich müsste hier eine Fackel hinstellen. Vorne direkt. Dann würden wir auch Wasser hier haben. Vielleicht. Sollte aber normalerweise. Ja. Da ist Wasser. Sehr gut. Dann wollen wir hier mal die Flaks anbauen. 2, 3, 4, 5, 6. So. Sehr schön. Flaks ist angebaut. Läuft. Achso. Unser Erdopp da hinten. Jetzt weiß ich gar nicht mehr wo der war. Äh. Hallo. Bär. Und. Alles gut. Da hinten war der irgendwo. Da. War es glaube ich. Warte hier wieder die Mops rumrennen. Äh. Wo ist der so schnell? Keine Ahnung. Da kommt der Herr Superman. Ich glaube wenn die grün sind. Kann das sein, dass die da nicht. Dass man die da nicht angreifen muss. Weil ich hatte ja vorhin einen grünen auch. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch gerade relativ egal. Lapis. Lapis. Kohle mal wieder. Und Schuhe. Ja ist auch schön. Schuhen haben wir noch nicht. So. Aber der Rest ist mir jetzt erstmal relativ egal. Wir werden jetzt mal gucken. Was die nächsten Quest sagen. Und die ersten Bäume sind gewachsen. Was sehr gut ist. Dann werden wir da immer welche abhaken. So. Danke. Da war ein Zeppling bei. Da blöd ist natürlich am. Schnee. Dadurch dass er nicht da drauf fällt. Sieht man es nicht. Bisschen suboptimal. Aber willst du machen. So. Dann hören wir den auch noch ab. Holz ist immer gut. Was ist. So. Dankeschön. Suche einer. Wir haben nur wieder. Genau. Ein paar Stück haben wir wieder. Sehr gut. So. Da kommt hier auch noch einer hin. Hier kommt wieder einer hin. Hier kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Da kommt noch welche. Da kommen irgendwelche Ollen. Sterben. So. Sehr schön. Erstmal wieder ein bisschen viel Ruhe gesorgt hier. So. 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 Und ich merke gerade. ich glaube ich hab das Holz von dem einen. Ein Ding vergessen kann das sein. Scheiße. Hab ich das wirklich vergessen von dem einen? Komm nur mal da runter. Hab ich das echt vergessen? Der stand doch hier auch, oder? Wo stand der denn hier irgendwo? Hab ich das Holz nicht aufgesammelt? Wird sich verarschen? Kann doch mal also gar nicht. Aber scheinbar schon. Naja, egal. Wir haben ja im Prinzip genug Bäume jetzt. Dann passt. So. Dann packen wir die Seeds noch mal kurz woanders hin, weil ich hab schon 6 Pflänzchen. Hier haben wir noch einen Hero-Bine-Head. Den haben wir auch noch dahin. Ähm. Material, Bandagen. Relativ cool, denk ich mal. Brauchen wir bestimmt. Und wir haben die Healing-Self sogar gekriegt. Und Medikit. Sehr schön. Ähm. Die müssen wir aber selber bauen. Wir brauchen ein paar Würmer. Alles klar. Alles klar. Fry it. Vegetable Oil. Okay. Und wir brauchen eine Robe. Was wird das denn? Oil. Oil. Das da. Da brauchen wir Seeds für. Seeds. Egal was für Seeds. Nein. Nicht egal was für Seeds. Okay. Das heißt wir brauchen Seeds. Alles klar. Healing. Das nehmen wir mal mit. Der Medikit lassen wir mal hier würde ich sagen. Und die Bandage nehmen wir auch mit. Die Stick können wir hier lassen. So. So. Also Seeds. Und ähm. Ja gut. Sugarcans brauchen wir ja auch noch. Sugarcans waren da hinten auf jeden Fall. Habe ich welche gesehen. Ähm. Irgendwo da hinten. Wir brauchen Würmer. Würmer kriegen wir natürlich wenn wir. Gras. Äh. Ja. Seeds. Ah. Da ist sowas. Guck mal. Plant Fiber sind da. Da sind keine Seeds. Naja. Das könnte ein bisschen schwierig werden jetzt. Weil so viel Gras gibt es hier nicht. Da sind irgendwelche Seeds. Okay. Die Hemp Seeds. Da war auch was. Das Cocken. Pams ist hier drauf? Ne. Ist das Pams? Ja sicher. Spinat und so. Logisch. Da hinten war irgendwo. Sugarcane. Da ist ein Airdrop. Den mache ich jetzt aber noch nicht an. Ah. Hier. 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 Hier können wir Glück haben. Dass wir Seeds finden. Normale Seeds vor allen Dingen. hier. 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 Normales Heats wäre echt cool. Nicht nur Blend Fiber und sowas. Normales Heats wäre natürlich auch geil. Wenn man die überhaupt kriegt so, die haben die einfach kaputt geschlagen, okay. Kriegt man die irgendwie? Ja, die Witte auch. Toll. Egal, komm, wir gucken jetzt erstmal mit dem Sugar Canes, weil dann haben wir das auch. Da, die waren die irgendwo. Irgendwo da oben, da ist noch ein Airdrop. Da ist dort gestorben. Wir können ja unterwegs ein bisschen Gras kaputt schlagen. Ah, doch. Einen zieht. Sehr gut. Einen zieht, um sie zu knechten. Ah, der war noch. Oh, ist so dunkel. Das ist jetzt gar nicht geil. Aber ich will eigentlich den Sugar Cane noch haben. Der hier irgendwo war. Und hier war glaube ich noch ein Stück weiter. Ah, jetzt komme ich hier nicht richtig hoch. Oh. Wo war der? Ich weiß nicht, ob das so geil ist im Dunkeln hier rumzulaufen, werden wir sehen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ich will nur die Sugar Canes haben. Der Rest ist mir scheißegal. Den Sugar Cane. Nicht die. Der war. Oh wow. Das ist aber richtig dunkel hier. Da ist ein Sugar Cane. Da. Da sehe ich einen. Ich glaube, ich schlafe mal kurz bei den Hochhäusern. Sie sieht gar nichts aus dem Seed noch. Sehr gut. Schon mal zwei? Schon mal zwei? Ja, ja. Das war eine Kind. Echt der Wahnsinn, ne? Ja, guck mal. Der sieht fast aus wie ich. Hey, dich doch mal ekauern. Sackgesicht. Gucken, ob der hier dann gleich vor der Tür steht. Ja, da sind sie doch. Die Vollhorsties hier. Ich will keinen Besuch. Mann. Lass mich in Frieden. Alle. Äh. Könnte ich mal treffen? Nein? Dann gehe ich mal lieber. Komm, ich habe jetzt keinen Bock zu diskutieren. Wir rennen erstmal zurück. So. Ja, für die zweite Folge geht es ja eigentlich. Die sind eigentlich auch schon relativ... Ja, aber der ist weit gekommen. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen, die wir bräuchten für die Quest. Au. Mein Gott. Hau ab. So, da vorne ist unser Häuschen. Machen wir mal kurz hin. Ein paar Teats haben wir ja auch schon. Hier sind noch ein paar Airdrops. Aber wie gesagt, die will ich jetzt schon wieder so ein weines Kind. Da ist ein Köter. Äh. Keine Ahnung. Was macht der da? Hey. Der tötet mich. Habe ich jetzt Glück gehabt. Boah, die Heilsalbe. Wie geht der Orb, ne? Äh. Guck mal ein Medikit. Benutze ein Tor. Oh je. Willst du mich verarschen? Zu für einer. Ja, wir legen erstmal alles ab. Falls ich sterben sollte. Ich weiß nicht, ja nie. Oje. So, müssen wir mal gucken, dass ich den Köter kaputt kriege. Wo ist der? Da. Jo. So, wir sind ja hier gewesen. Gut, aber ich würde sagen, die Folge beenden wir jetzt erstmal. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Lass ein Abo da. Lass einen Kommentar da. Sonst wieder einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Zu einer Runde. Invasion. Tschüssingen.